Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute zum ersten Türchen von Volkskalender. Gleiches Info, es findet alles an Silvester, hier ist schon wieder, es ist gleich 17 Uhr und es ist schon wieder was los bei uns. Und deshalb drehe ich das jetzt gleich alles nach. Und jetzt dafür, für den 4.1., das kommt dann alles nach und nach. Hoffe ich, so wie es geplant ist. Und deshalb, nicht wundern warum es jetzt hier so knallt, wie wenn es Silvester wäre, es euch nicht wundern. Ja, aber ich sage mit den ersten Türchen fangen wir mal an. Aber es hat irgendwie keinen Platz. Hinten liegt das. Wir haben einmal die Pill Crellers und Knallerbsen. Knallerbsen, die sind, Knallerbsen würde ich sagen, keiner anfangen, weil es das einfachste ist. Da sind drei Stück drinnen, der Wunder. Haben schon gewonnen und das ist irgendwie neu, das gibt sowas dauernd meistens. Das ist aber scheiß mit einer Hand. Ja, ich kann schon ganz kurz hier oben ab. Ich mache meinen anderen Volksmodus wie sonst. So habe ich meinen Volksmodus drinnen. Diesmal mache ich einfach keinen. Ich glaube das hältst du. Das ist mir das hier schief. Aber ich mache gerne kurz mal. Kamera drehen. Eigentlich kommt bisher immer bloß neu, immer zu Weihnachten. Aber, ja. Deshalb haben wir dieses Jahr ja nichts besser gesagt. Und nochmal danke für die 5-Jähr-Hilfe-Gaschen-Medaille machen, dass mir immer noch Spaß macht. Und wir haben, weil ich jetzt die letzte ist. Gestern glaube ich die 150 Auenenken gekriegt. Der Special kommt dazu, ich werde dir noch alles erfahren. Erstmal ein einzelnes. Vielleicht gar nicht, ob ihr es hört. Und dann sind jetzt die restlichen Aufschlagen. Knallererbsen halt. Ach, mehr Cashawaya mit den Pill Crackers. Den müssten eigentlich schon, welcher hat das denn überhaupt? Ich schaue gerade zu nah. Ich hoffe, ihr hört mich, weil es windig ist. Ja, ich habe mir extra so einen Windschutz gekauft noch. Gute Frage, von welcher Föhrer mal das ist. Äh, Bröckhoff ist das. Handy-Dinger hier. Einfach auch so paar Teile. Relativ klein muss ich sagen. Das ist jetzt erstmal ganz Feuerwehr geflogen. Auf jeden Fall, die sind ja komplett schwach. Die sind richtig schwach. Ich frage jetzt nochmal zwei auf Schlag, weil ich sie bekomme. Nee, die sind echt scheiße. Die sind wirklich scheiße. Muss ich sagen. Dann würde ich sagen, war es mit dem ersten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.